Sehr geehrte Fahrgäste, die HLB begrüßt Sie auch im Namen des Nordhessischen Verkehrsverbundes und des Rhein-Main-Verkehrsverbundes im RE 98 nach Frankfurt am Main-Hauptbahnhof und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. In Kürze erreichen wir Kassel Wilhelmshöhe. Dort haben Sie Anschluss an Züge des Fern- und Regionalverkehrs, sowie der Regiotram und der Straßenbahn. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Guntershausen. Dort haben Sie Anschluss an Züge des Regionalverkehrs und der Regiotram. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Wolfershausen. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Altenbrunzler. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Gensungen-Felsberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Wabern. Dort haben Sie Anschluss an Züge des Fern- und Regionalverkehrs. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Borken-Singlis. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Borken. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Zimmersrode. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Schlierbach. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Treiser. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Neustadt. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Neustadt. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Stadtallendorf. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Kirchheim. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Marburg. Dort haben Sie Anschlussanzüge des Fern- und Regionalverkehrs. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sehr geehrte Fahrgäste. In Kürze erreichen wir Gießen. Dort haben Sie Anschlussanzüge des Fern- und Regionalverkehrs. Bitte beachten Sie, dass die Türen erst nach der Zugvereinigung freigegeben werden können. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Friedberg. Dort haben Sie Anschlussanzüge des Fern- und Regionalverkehrs, sowie zur S-Bahn. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sehr geehrte Fahrgäste. Aufgrund eines besetzten Streckenabschnitts verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Wir bitten um Verständnis. Wir haben eine halbe Stunde. Frankfurt am Bahnhof. Dieses Zug endet dort, um bitte alle Fahrgäste auszusteigen. Bitte achten Sie auch auf den Verschwörsanzagenden Bahnsteig. Das Zug ist in Deutschland. Wir haben sich nur alle ausgestiegenen Fahrgäste und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Bahnsteigkante.